Ja, und jetzt möchte ich noch mein Highlight vorstellen. Das ist dieses tolle Harmonika-Mikrofon. Das hat eben der Mario-Titel vom Achensee oben, hat mir das Stubbacher MIDI eingebaut. Und bei der Gelegenheit hat er mir dieses Mikrofon gezeigt, was man ganz einfach mit einem Kneten da auf das Kante aufsetzt. Ja, und ich würde sagen, das Turbo Sound System ist erst komplett mit diesem super System, aber wenn jetzt jemand googeln möchte, man findet es unter harmonikatechnik.at. Ja, jetzt, Reini, ich habe zu kalt ein bisschen in die Hände. Kannst du mir nicht deinen Handschuh leihen, Reini? Mit einem Handschuh habe ich leider keinen an. Was kannst du mir denn dann? Weißt du, was du mir leihst? Was denn? Leih mir deinen Socken, bitte. Oh je! Der Reini leiht mir seinen rechten Socken, weil den hat er erst seit 5 Uhr in der Früh an. Vielleicht geht es dann. Ihr habt es ja kalt. Das nutzt jetzt einmal nichts. Der linkt oder der rechte? Der rechte, der stinkt mehr. Das habe ich schon gekrochen, weil ich vorbeigegangen bin. Ja, ja, das ist so. Reini. Unser Turbo Reini ist wirklich ein Phänomen. Der Turbo Reini hat so ein tolles System für uns erfunden. Diese Turbo App ist für Harmonikaspieler unglaublich. Nein, das geht nicht so. Moment mal. Da passt was nicht. Ist der Kars noch drin? Jetzt passt es. Er hat ihn ein bisschen abtrocknen müssen. Er hat wirklich für uns Harmonikaspieler ein tolles System entwickelt. Ja, für mich ist das wirklich eine Wahnsinnsfreude. Jetzt kann ich nämlich den Traum wahr machen. Ich wollte immer schon Franz Michilic imitieren. Konterpass und eine perfekte Framus AC-10. Und natürlich der Jakob Bergmann spielt auf der Steirischen Harmonika vorne. Mit diesem System ist das wirklich möglich. Wunderbar. Aber jetzt probieren wir es einmal. Jetzt klatschen einmal alle mit. Mitklatschen. Ja, genau. So geht's. Irgendwas stimmt da nicht, Reini. Brauchst du nur einen Socken? Nein. Da stört was. Mei, Reini, was hast denn du in deinem Socken alles drinnen? Na Wahnsinn, was der Reini Socken hat da. Halleluja. Reini, zieh er mal. Zieh er mal. Reini, gehört das auch zu der Turbo-App? Das ist eine ganz spezielle Session, gell? Die nennt sich Session Klopapier. Nein, wisst ihr, was das ist? Der Reini hat 2022 so viel gespielt, das ist die Rechnungsliste. Der Reini, das hört ja überhaupt... Das hört ja überhaupt nicht mal richtig aus. Ja, genau, war ich schon zählen, kass, gell? Aber das Papier ist jetzt verseucht, gell? Bitte nicht mehr verwenden. Aber jetzt, jetzt gibt's noch einmal den Zirkusrenz mit den Duvereini. Weil ihr wisst, wie der Duvereinnehmer sagt, es ist eh alles easy. Alle klatschen mit! Alle klatschen mit!